Wir machen mal anders. Timo ist ab. Das ist unfair. Wer kennt das Spiel schon? Dann geht alle dahin, wo... Okay, die Tür geht nicht auf der Seite auf. Es gibt nur zwei Gewinner. Wer kennt das Spiel von euch? Ja, jetzt ist die ab. Ja, wird nix. Und was machst du da denn? Okay. Komm zu mir mit deinem Supersportwagen. Jetzt machen wir... ...was wir lange nicht mal gespielt haben. Lass die Autos hier stehen. Stehen lassen. Aussteigen und kommt mir hinterher. So, ihr wisst, wo mein Auto steht. Gut. Dann geht hier alle hier hinter. Versteckt euch hier hinter. Hinter der Mauer. Einmal runterlegen. Genau. Ich würde hinter der Mauer, nicht da unten. Das wäre dann zu weit weg. Okay. Alle da? Da ist noch jemand. Da hinten irgendwo. Der ist zurückgelegen. Ah, Shaki. Ah, der ist ja gerade essen. Stimmt. Das Spiel geht so. Ihr müsst in mein Auto einsteigen. Die ersten, die eingestiegen sind, die haben gewonnen. Und ich muss euch töten mit ne Waffe. Ich sage wieder 3-2 ins Go. Ja, tötet die mal eben alle. Eben mal alle töten hier. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Noch 5 Leute, Leute. Wer holt die letzten beiden? Einer noch. Wir haben es gleich geschafft. Gewonnen. Geschafft. Wunderbar. Awesome. Nicht viel. 91. Alles klar. So, versteckt euch hier hinter wieder. Ach so. Ah, ich verstehe. So, verstecken. Nicht mit Waffe zielen. Es. Man darf nur. Nur rennen. Nur dahin rennen zu meinem Auto. Und einsteigen. Ihr kennt das Spiel. Dahinter einmal. Ja. Oh. Drei. Äh. Kopf runter. Kopf runter. Ich habe noch nichts von gesagt. Von Go. Drei. Wer Kopf hat, bitte wegmachen. Drei. Zwei. Eins. Go. Ah, scheiße. Mist. Man darf nicht die anderen rausholen. Wenn zwei drin sind, dann sind zwei drin. Aufsteigen. Ich habe den Korps. Ich habe den Korps. Warte. Ich warte, bis die weg sind. Nicht schlagen. Na, komm. Oh, oh. Die kommen hierher. So, alle wieder dahinter. Ich habe nicht hier angevisiert. Die Leute. Ah, nicht geschafft. Ah, nicht geschafft. Ich habe den Korps für dich. So, jetzt kannst du gleich noch mal losgehen. Was macht ihr da vorne? Ihr beide? Kommt ihr hierher? Ah, Skipper. Nicht töten. Was soll das denn? Komm her. Es wird nicht getötet. Sonst dürfen die nie wieder mitmachen, die Leute. Das ist Unsinn. Könnt ihr eine offene Lobby machen? So. Wen haben wir denn da noch? Fighter. Ich muss mal was abschecken. Kommst du her? Achso. Skipper, das will ich nicht noch mal sehen. Sonst gehst du raus. Wenn ich dich, äh, wenn ich deinen Namen noch einmal sehe, dann muss ich dich rausnehmen. Unten in der Liste, wenn man getötet wird. So, nicht jetzt mit Feuerwerfer oder sowas. Lass das mal weg. Drei. Zwei. Noch nichts von gesagt von Go. Zurück. Du gehst zurück. Drei. Zwei. Eins. Go. Zwei eingestiegen. Wer ist denn jetzt eingestiegen? Skipper und Fighter. Okay, nur mal zurück. Jetzt haben wir eine andere Waffe. Nehm ich die mal. Shadow, Auto bitte weg. Dann kommt es schon wieder. Oh, zwei Minuten noch was. Gib mir einen Schau, wenn du deine Meinung nach hast. Ich muss mich mal selber töten, ganz kurz. Weil ich Kopfzab. Ich komm wieder zurück. No problem. So. Drei. Zwei. Eins. Go. Die Bullen halten schon wieder an. Das war's. Da ist noch einer. Ey, nicht schlagen. Was wird das denn? Wer hat mich den kaputt gemacht jetzt? Shadow. Ey, das ist scheiße gewesen. Nochmal. Wir müssen zum Auto. Noch einmal. Alle zurück wieder. Was bedeutet der Pfeil denn hier? Kann das mir mal jemand erklären hier?